Ich bin Lisa Oesterheld und wir sind hier im bischöflich-münsterschen Offiziellat ganz kurz vor Beginn der Sitzung der Jury von Alle Welt staunt. Wir werden heute die Aufgabe haben, aus einer Unzahl wundervoller Textzusendungen die Texte auszuwählen, die einen Preis bekommen, sieben Preise. Also Alle Welt staunt ist ein Schreibprojekt in Vechta für Vechta, wo verschiedene Partner, die Stadt Vechta, das bischöfliche Münstersche Offiziellat, die Pfarrei St. Maria Himmelfahrt Vechta und die Initiative Vechta, Menschen aktivieren oder einladen, Texte zu schreiben in maximal 20 Worten, die hinterher in der Stadt zu sehen und zu lesen sein werden. Wir haben 620 Texte bekommen und das hat alle Erwartungen überboten. Es ist eine große Freude, was an positiven Mitteilungen da gekommen ist.